Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Im Moment sind unsere CS2-Updates ja etwas langsam und viele sagen, das liegt unter anderem daran, dass die Volvos erstens zu wenige sind, zweitens viel zu viel machen und drittens ist auch keine richtige Struktur bei ihnen im Laden gibt. Worum es sich bei diesen ganzen Projekten handelt und warum es mittlerweile sein kann, dass die Volvos endlich wieder ein bisschen weiter gerade nach vorne schauen und auch Counter-Strike besser angehen können, schauen wir uns jetzt an. Ich habe mir einen waschechten Isländer bestellt, Henry Henryson, Bruder von Jürgen Hurenson. Viele von uns kennen Wellfishing relativ lange, vor allem die Älteren von uns kennen die ersten paar Spiele, die von den Volvos überhaupt erstellt wurden. Sie haben in den 90ern und frühen 2000er Jahren extreme Banger-Games geliefert, also absolute Banger-Ranks, und sind dann leider zu 2010 hin extrem ins Stocken geraten. Natürlich kamen seitdem trotzdem noch Banger wie zum Beispiel Half-Life Alyx oder auch CS2 raus, aber nichtsdestotrotz ist das hier zum Beispiel nur ein Bruchteil von dem, was sie hier unten in den Jahren davor gepresst haben. Viele sagen bereits an der Stelle, dass es ja vollkommen logisch ist, dass man nicht mehr so vielen die Spiele reininvestiert oder investieren kann, wenn man so viele andere Eisen im Feuer hat, wie zum Beispiel Steam, das ja von den Volvos ist. Das möchte natürlich auch immer weiterentwickelt und getweakt werden. Dann hat man auch diese recht neue Sparte noch der Hardware, wobei Steam mittlerweile ja schon fast ein Jahrzehnt in der Hardware-Industrie mitmischt. Aber das ist eben auch ein Punkt, der natürlich sehr viel Fokus frisst. Gerade wenn man im Kopf hat, dass nur ein paar hundert Leute bei Valve arbeiten. Google spuckt mir im Moment 336 Leute aus. Das ist wirklich wenig, wenn man bedenkt, was sie alles machen. Dann kommt da noch mit obendrauf, dass sie eine flache Hierarchie haben. Das heißt, es gibt zwar Gabe, den Oberboss, aber alle anderen arbeiten auf demselben Level. Es gibt keine Manager oder Bosse in dem Sinne, sondern jeder schafft auf einer Ebene und kann vor allem oder konnte bis vor kurzem einfach an Dingen arbeiten, auf die man Bock hatte. Und das hört sich natürlich im ersten Moment sehr cool an, weil die Leute halt einfach machen können, was sie wollen. Aber in der zweiten Überlegung, gerade mit so extrem vielen Dingen, die man im Moment auch so auf dem Feuer stehen hat, auf dem Ofen, die zu Ende geköchelt werden wollen, dann ist das natürlich schon sehr ausbremsend. Der eine sagt, ich gehe in CS2 rein, der nächste sagt, oh, Deadlock, dieses neue Wolf-Spiel, da habe ich Bock reinzugehen. Und dann hocken irgendwo in der Ecke, wo das Wasser von der Decke tropft, so zwei, dreieinhalb verhungerte, die sagen, können wir Half-Life 3 machen, bitte? Und zu Half-Life 3 gibt es tatsächlich jetzt auch Neuigkeiten. Achtung, die Seite ist extrem hell. Hierzu gibt es einige Leaks und zwar sollen die Wolvos an einem Project White Sands arbeiten, das sehr wahrscheinlich Half-Life 3 oder sowas ähnliches werden könnte. Das kam das erste Mal auf, als ein Voice Actor in diese Richtung gegangen ist und das eben offiziell in seinem Resümee oder Ähnlichem geschrieben hatte. In die Richtung wurde dann auch ordentlich weitergegraben und man hat herausgefunden, dass unter anderem Nate Grove aka Polygrover nun ganz offiziell bei den Wolvos anfängt zu arbeiten. Und diesen Polygrove kennt man unter anderem von zwei Half-Life-Mods. Und zwar einmal Re-Education und Incursion. Das heißt, er hat die Finger sogar schon in Half-Life-Ding drin gehabt und fängt jetzt an bei den Wolvos zu arbeiten. Da sagen dann natürlich sehr, sehr viele, dass das sehr auffällig ist. Es gab auch noch Aussagen von Mitarbeitern, die habe ich jetzt aber hier nicht noch extra rausgesucht, dass an einem Singleplayer oder womöglich sogar an einem Koop-Singleplayer-Game gearbeitet wird, dass komplett neue Mechaniken haben wird, neue Rätsel und so weiter und so fort. Und natürlich gehen da bei allen die Alarmglocken an. Oh mein Gott, Half-Life 3? Noch vor GTA 6? What? Also wahrscheinlich nicht. GTA 6 kommt ja bald, ne? Ja. Da hätte natürlich jeder großen Bock drauf. Und woran wohl auch noch gekocht wird, ist ein neuer Steam-Controller oder sowas ähnliches. Ich glaube erstmal nicht für den europäischen Markt, aber egal, daran wird auch noch umgefuchtelt. Man kann also auf jeden Fall mit Recht sagen, dass die Wolvos schon extrem viel Arbeit vor sich haben, die sie noch erledigen müssen. Ich habe es vorhin auch erwähnt, Deadlock zum Beispiel. Dieser ultra coole Hero-Shooter, auf den viele jetzt schon sehr gehypt sind. Ich habe im Hintergrund leicht pixelierte Gameplay-Aufnahmen, weil ich irgendwie gelesen hatte, man darf es vielleicht gar nicht so richtig zeigen, aber irgendwie schon. Das Ding ist natürlich auch eine extrem fette Sache, an der aber scheinbar zum Glück gemütlich gearbeitet wird. Da wurde noch nichts großartiges Release, also es wurde noch kein Release angekündigt. Es wurde, glaube ich, kaum noch ein Wort dazu verloren, was ich sehr gut finde. Denn wir haben es ja bei CS2 gesehen, es war ein bisschen arg rushed, schnell, schnell, rausbringen, rausbringen. Nach ein, zwei, drei Monaten hat bereits jeder CS2-Spieler gesagt, wenn wir ehrlich sind, hättet ihr ruhig noch ein Jahr daran arbeiten können, bevor ihr es rausbringt. Das scheinen sie bei Deadlock so zu machen und ich hoffe auch, falls es Half-Life 3 geben wird, dass sie das bei dem Game generell bei allen Spielen machen werden, die jetzt in Zukunft noch kommen. Das rate ich sowieso jedem einzelnen Publisher. Es ist natürlich einfach gesagt als getan, aber lasst euch nicht unter Druck setzen. Auch nicht von den Spielern, die sagen, wir wollen endlich die Spiele haben. Lass die Spieler lieber noch ein halbes Jahr oder ein Jahr oder zwei, drei Jahre warten. Dafür ist es dann umso geiler. Aber um zurück zum gerade Gesagten zu kommen, aufgrund der ganzen Arbeit, die ansteht und dieser recht flachen Hierarchie oder komplett flachen Hierarchie, plus natürlich der wenigen Belegschaft, ist es relativ logisch, dass sie nicht überall 100% geben können. Aber wenn man jetzt in aktuellere Interviews, also von diesem Jahr reinliest, scheinen sie langsam die Scheuklappen in der Hinsicht aufzusetzen, dass sie sagen, wir konzentrieren uns auf XYZ, ziehen das durch, lassen natürlich den Rest nicht anbrennen, aber versuchen wir da rein zu fokussen, vor allem auch was unsere Spiele an sich angeht. Das hat man zum Beispiel Mitte Juli bei Team Fortress 2 gesehen. Es kam ein riesiges, riesiges Update. Und das war eine Sache, die hat die Team Fortress-Leute komplett aus den Schuhen gehauen. Team Fortress 2 lief viele Jahre lang wirklich am Rande des Wahnsinns. Es war komplett voll mit Cheatern, mit Bots, es war einfach scheiße. Alle haben gesagt, okay, die Volvos haben das Spiel aufgegeben. Es scheint auch kein Gewinn mehr abzuwerfen, pipapo. Und jetzt geht es halt einfach vor die Hunde. Und plötzlich kam dieser Schritt. Und die Leute von Valve haben gezeigt, nein, es ist uns nicht unwichtig oder egal, sondern wir haben uns vielleicht ein bisschen verrannt, aber wir sind da. Wir sind auch für so ein altes Spiel wie Team Fortress 2 da und gehen gegen die Cheater vor und kümmern uns um neuen Content. Und das ist natürlich für die TF2-Community ein wunderbares Zeichen. Wenn auch vielleicht ein bisschen spät, aber egal. Und noch ganz kurz am Rande erwähnt, sollen wohl auch Team Fortress 2-Comics weitergeführt werden, aber da bin ich gar nicht in der Materie. Es scheint wohl Comics gegeben zu haben und jetzt gehen die halt weiter. Möglicherweise hat sich Valve hingehockt und teilt jetzt wirklich Leute ein und sagt, ihr müsst das jetzt halt einfach machen. Ihr könnt da nicht hin und her springen und sagen, oh, ich gehe mal von da nach da und mach da ein bisschen was, aber mach es nicht fertig, sondern durchziehen. Yeah, coming soon, ha? Und was natürlich auch ein Riesen-Banger war, war das 25-Jahres-Update für Half-Life. Es kam so unglaublich viel dazu, sie haben so dran rumgewurschelt. Man hat einfach gemerkt, hey, die sind wieder da. Das fühlt sich so an wie früher. Ich denke, für ganz junge Spieler oder eben Community-Mitglieder von Counter-Strike oder generell den Valve-Games ist das jetzt halt, da fehlt noch so ein bisschen die Nostalgie, klar. Mich reißt da halt die Nostalgie komplett mit. Es ist einfach so schön zu sehen, dass selbst das Urgestein Half-Life immer noch im Fokus ist, das hier gefuhrwerkt wird. Es wird gearbeitet. Und jetzt ziehen wir die gesamte Spur rüber zu CS2. Das Ganze zeigt uns, dass wir uns darauf verlassen können, dass die Volvos dran sind und eben wurschteln. Es kann natürlich mal ein bisschen länger dauern. Es ist wiederum auch nicht so, als hätten wir es ultra eilig. Aber ja, das gibt mir auf jeden Fall Gewissheit und auch so ein bisschen Beruhigung, gerade weil ich ja auch an dem ganzen Thema halt arbeite, dass zumindest ich mir da keine großartigen Gedanken drüber machen muss, wie es mit CS2 weitergeht, weil es auf jeden Fall weitergeführt wird. Wobei ich mir in der Hinsicht eigentlich auch nie Gedanken gemacht habe. Aber man hat von außen gemerkt, dass es halt sehr, sehr viele gibt, die sagen Spiel X, Spiel Y, Counter-Strike, Team Fortress, wie auch immer, ist verlassen worden. Die machen da nichts mehr. Da kommt nichts mehr. Das war's. Am Ende von CSGO hieß es ja auch, dass CS2 bzw. CSGO 2, man wusste ja nicht, wie es heißen wird, dass das niemals kommen wird. Source 2 war auch so eine Sache, die seit über zehn Jahren, mittlerweile zwölf Jahren, im Gespräch war. Und viele haben gesagt, ach, das wird sowieso nicht mehr kommen. Das machen die nicht. Und man sieht immer wieder aufs Neue, es kommt. Und wenn jetzt wirklich noch Half-Life 3 kommt, ich glaube, dann platzen vielen wirklich die Köpfe. Unter diesem Video werden sicherlich einige schreiben, dass ich vielleicht etwas zu positiv wirke. Aber bei Dingen, bei denen ich mir sowieso nicht sicher sein kann, also es könnte positiv oder negativ sein, dann stehe ich lieber auf der positiveren Seite, auch wenn es nicht klar ist. Da aber beides nicht klar ist, ob negativ oder positiv, suche ich mir die Seite raus, die mir besser gefällt. Es gibt natürlich Leute, die suhlen sich gerne in dieser Negativität und sagen, ach, es wird eh nie was. Schön für die, die darin aufgehen und das toll finden, dass irgendwie alles kacke ist. Mir gefällt die andere Seite besser und ich kann sie auch besser rüberbringen und eben auch verkörpern. Mir macht es viel mehr Spaß, euch auch positiv zu stimmen, als dass ich halt auch noch oben drauf komme auf den Bergen und sage, alles ist kacke. Das wird eh nie was. Im letzten Video haben wir noch über ein mögliches Update gesprochen, das jetzt dann diesen Monat kommen sollte und oder wann die Operation kommt, ob sie dieses Jahr noch kommt, November, Dezember oder jetzt bald sogar noch. Eine Sache ist auf jeden Fall klar, das nächste Major steht bald an. Im nächsten großen Update müssen also auf jeden Fall die Sticker-Sale-Geschichten rausgenommen werden, denn jetzt sind wir langsam auch mal durch. Die sind sowieso schon extrem lange an. Sie kamen zwar auch viel später online, aber jetzt sind sie so lange an, jetzt müssen sie auch wieder aus, dass der normale Update-Rhythmus weiter funktionieren kann. Das wird also im nächsten Update oder in den nächsten paar Updates geschehen, dass der Sale hier rausgeht und manch einer behauptet, dass es ein neues Musik-Kit geben wird, weil die Counter-Strike-Leute diesem Creator hier folgen. Oder dieser Creatorin, Ramona. So, Daddy's Little Defect, okay. Musik-Kit, schön und gut, mehr Content ist immer schön, aber ja, wir wollen natürlich auch noch andere Sachen, die gerne dazukommen können. Jo, so viel zu den Vorhaben von Valve. Es ist sehr, sehr viel. Sie haben in der Vergangenheit viel gemacht und machen im Moment auch einfach wieder vielleicht ein bisschen zu viel. Für mich persönlich ist es nicht tragisch, wenn man warten muss, also auf den Release von einem Spiel oder meinetwegen auch ein Update von einem vorhandenen Spiel. Das macht mir nicht allzu viel aus, außer das Spiel zum Beispiel Counter-Strike, das schon da ist, ist am Rande des Wahnsinns, weil irgendwas halt gar nicht geht. Also es wäre zum Beispiel in diesem Gedankenbeispiel komplett im Arsch und man wartet auf ein Update, damit es wieder spielbar ist und das dauert zu lange. Das geht natürlich nicht. Aber solche Content-Updates und so weiter und so fort, ja, also ich habe Zeit, sage ich einfach mal. Ich habe Zeit. Für mich persönlich läuft das Spiel sehr, sehr gut. Also wir treffen auf keine Cheater, ich habe genug FPS, ich kann das Spiel in aller Ruhe spielen und habe halt keine Probleme. Deswegen habe ich da keinen großen Druck. Ich kann aber voll und ganz verstehen, dass wenn jemand in der Cheater-Hölle festhängt oder das Spiel nicht gescheit bei ihm läuft und so weiter und so fort, dass man dann natürlich viel schneller auf ein Update hofft. Übrigens habe ich vorhin noch ein Grafikkarten-Update gesehen, aber ich warte erstmal noch kurz. Ich will nicht gebannt werden, falls da mit irgendeinem Scheiß kommt. Wenn es was Neues gibt, halte ich euch auf jeden Fall weiterhin auf dem Laufenden. Wir machen jetzt noch geschwind ein kleines Giveaway. Und zwar gibt es diesen Bosch-Holo-Sticker für euch zu gewinnen. Und die Gewinnfrage ist dieses Mal bezüglich Half-Life 3. Glaubt ihr tatsächlich, dass dieses Project White Sand etwas mit Half-Life zu tun hat beziehungsweise ein Spiel sein wird, das in die Half-Life-Richtung geht oder es vielleicht sogar tatsächlich Half-Life 3 ist? Oder glaubt ihr, dass es was komplett anderes ist? Haut es in die Kommentare, dann seid ihr automatisch beim Giveaway mit dabei. Und natürlich erinnere ich an der Stelle auch wieder an unser Emerald-Jomund-Gandr-Giveaway auf Twitch. Wir sind heute auch wieder live ab 18 Uhr, kommt gerne mit dazu und daddelt mit. Sammelt die Bubble-Dollar, unsere Stream-Währung einfach durchs kostenlose Zuschauen. Mit denen kann man sich dann Tickets für dieses Giveaway kaufen. Alles komplett kostenlos. Also kommt rum. Link ist in der Videobeschreibung. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt wie gesagt gleich in den Stream. Wir sind übrigens am Dienstag, haben wir endlich wieder ein bisschen Elo Plus gemacht. Ich war bei 12,5. Das war ein bisschen fies. Jetzt sind wir ja schon auf 14 wieder hochgekommen. Also wir haben 1500 Elo Plus gemacht am Dienstag. Ich habe neue Maus-Settings. Vielleicht haben die geholfen, vielleicht auch nicht. Es kann sein, dass meine Maus ein bisschen dumm eingestellt war. Das ist mir jetzt aufgefallen bei einem Update von Razor Synapse oder Synapse, weil wie es ausgesprochen wird. Und ja, möglicherweise steige ich jetzt auch endlich wieder ein bisschen. Ich würde gerne heute die 15k mit euch zusammen machen. Alle Spiele in meinen Stream sind Viewer Games. Also vier von euch mit mir zusammen und rein. Ja, also wie gesagt, dann vielen Dank fürs Zuschauen, für die Likes, für die Kommentare. Wir lesen uns in den Kommentaren oder sehen uns gleich im Livestream. Haut da rein. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner dicken Fettner Mutter auf die Instagram-Messe.